Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Green Hell und wahrscheinlich auch zum letzten für diese Aufnahmesession und zum letzten für eine Spielpause, um ein anderes Spiel zu probieren. Okay, ich möchte jetzt diese langen Stöcke nach Möglichkeit unfallfrei in unser neues Lager bringen. Ich hoffe, dass mich hier keine Schlange totbeißt, beziehungsweise wir nicht an einem Jaguar über den Weg laufen und dass wir es heil nach Hause schaffen. Wow, die würde ich gerne mitnehmen. Mist. Wir haben auch ein bisschen was zu essen dabei. Hier sehe ich auch ein paar Stöcke für später mal. Es wäre einiges noch zum Bauen gewesen, zum Ausprobieren gewesen, ich weiß. Aber darauf verzichte ich jetzt gerade mal bewusst. So, wenn wir jetzt viel Glück haben, gibt es hier auch keine Knochenkrieger. Ah, und ich sehe, unsere Bäumchen sind nachgewachsen. Was mich sehr freut. So. Da kann ich gleich mal zu Sachen hinschmeißen. Passt. Wir sind wieder zu Hause quasi. So. So. Wir sind auch schmutzig. So gehört sich das. Den möchte ich gerne hier hinschmeißen. So. Und hier möchte ich gerne nochmal ein schönes Lagerfeuerchen machen. Ich werde hier jetzt mal unsere Sachen wegsnecken. So. Werde hier, muss mal kurz durchschauen, wir haben ein paar Sachen gesammelt. Und möchte hier auch gleich lagerfeuertechnisch gleich wieder den schönen Steinring machen. Weil hier soll ja eigentlich unsere Küche werden. Also ich würde mal sagen, so ins Winkel. Da so. Möchte dann auch hier rein unser kleines Lagerfeuer setzen. Was natürlich gerade noch nicht funktionieren tut. Ich hoffe später mal. Das heißt, ich setze das jetzt einfach mal ein bisschen da so hin. Und mache uns da ein kleines Feuerchen. So. Da brauchen wir noch ein paar Stecken. Stecken. Da so. Ja. So. Zack, 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 zack. Zack, da sind noch welche. So. Dann bauen wir hier mal ein bisschen weiter, würde ich sagen. Vielleicht kann ich auch hier, weil wir schon ein Gerüst da drüben haben, hier diese Lehmgeschichte machen. Mal nur so zum Anschauen, ne. Dass man hier quasi, dass ich euch mal zeigen kann, wie das ausschauen tut. Natürlich ist das leer. Ist eh klar. Ui, wir haben Parasiten. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe gerade gegessen. Scheißlich ungut. Na, nehmen. Ja, passt. Dann würde ich sagen, wir warten noch mit dem. Ich will mal runtergehen, was trinken. Vielleicht hilft es mir ja. Und dann müssen wir schauen, dass wir noch Holzscheite kriegen. So, ich hoffe, dass das Wasser hier jetzt da zum Saufen ist. Und einmal waschen. So. Passt. Okay, wir haben haufenweise Parasiten im Körper. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich würde auch gerne, was eben auch cool wäre, wären Dinge zum Anpflanzen, ehrlich gesagt. Das wäre auch cool, wenn wir irgendwas pflanzen könnten. So ein Beet. Das wäre halt schon cool. So, ich lege mich jetzt einmal hin. Weil ich bin müde. Aber nicht zu lange. Das muss reichen. Weil es wird schon wieder dunkel. Und ich möchte gerne noch die Holzscheite zusammenkriegen. Ihr hättet mir schon mal so ein Opfer. Zack, 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 zack. Ja, ich bin müde schon wieder. Das dürften zwei Holzscheite sein. Ich dachte gerade, da wäre was vom Himmel gefallen. So, mit ein bisschen Glück kriegen wir hier nochmal welche. Ja, er ist schon wieder müde. So. Passt. Nein, ist nur ein langer Stock. Das heißt, ich muss den da auch noch umhauen. Ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass wir hier vom Knochenkriegern attackiert werden. So, da müssten irgendwo auch noch welche sein. So, da müssten irgendwo auch noch welche sein. Holzscheite. Und eins müsste noch sein. Hier. Kann ich keins tragen. Nur drei. Aha. Dann halt jetzt. Nein. Jetzt. Danke. Und da möchte ich jetzt probieren. Ah, da fehlen noch die langen Stöcke. Genau. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und einer fehlt noch. Und zack. Und die Seile noch. Genau. Meine Güte. Drei. Und vier. So, das hätten wir jetzt mal. Und da wollte ich jetzt probieren, ob es möglich ist, diese Lehm-Sachen hinzubauen. Das kapiere ich nicht so ganz mit dem. Aber es ausschaut, brauche ich das nicht? Keine Ahnung. Lehmwand. Klappt aber auch nicht so recht, ne? Vielleicht ein Lehm-Dach? Das geht. Lehmziegelstein. What the fuck? Lehmziegelstein. Krankheiten durchchecken. Kleines. Ach so, er schläft schon wieder. Natürlich im Dreck, wie sie es gehört. So, was haben wir da Schönes? Ein Wurm. Ja. Da, so. Da, so. Das schon mal zu dem. Natürlich ist alles stockdunkel. Ach komm. Dunkel und hungrig und alles immer. Das ist hervorragend. Ich gehe mal fix waschen. Ich gehe mal fix waschen. Einmal waschen. Nochmal waschen. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Und nochmal waschen. So, jetzt fertig. Alter. So, Lehm mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt was essen schon wieder. Wie jemand daraus jetzt was baut. Lehmkohleofen. Man braucht trotzdem Ziegelsteine. Wie man Ziegelsteine kriegt, das kann mir keiner sagen. Oder wie. Lehm, Ziegelstein, Lehm, Ziegelstein. Lehm mische. Vielleicht baue ich sowas. Dass man mit dem das vielleicht bauen kann. Ähm, den könnte ich aber eigentlich hier am Fluss lassen, wollte ich sagen. Ich habe schon wieder Fieber. Ich stehe sowieso. Ähm, ich hätte Speichern sollen. Ich hätte Speichern sollen. Ich wollte hier noch eigentlich diese Lehm-Ding bauen. So. Ja. Aber das wird jetzt sowieso nichts mehr, weil ich kribieren werde. Es gibt hier nämlich gar nichts zum Essen. Ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwo was liegen habe. Ha. Also das Überleben hier ist echt schwer. Obsidian spawnt nicht nach. Ja, das war's eh schon. Jetzt sind wir wieder am Sterben. Ich habe keine Ahnung, wie ich das entgegenwirken soll. Das Gemeine ist halt auch, dass man hier nichts... Also, ich könnte jetzt schon den Fisch... Ich hätte versuchen können, den Fisch zu fangen, bevor ich irgendwas baue. Ich meine, ich kribiere jetzt sowieso. Es ist eh schon wurscht. Ich glaube nicht, dass ich mich jetzt mit irgendwas noch retten kann. Das glaube ich eher nicht. Unbekannte Frucht. Würdest du bitte essen? Ich muss doch gerade leise sein. Weil ich weiß, irgendwo gibt es eine Schlange. Da, ein Vogel. Hätte man einen Haufen Federn. Ich werde die essen, obwohl es mir gerade das... Boah, die geistige Gesundheit da ruiniert. Aber eine habe ich hier mitgenommen. Ich müsste auch wieder eine Falle bauen. Das ist halt das Blöde. Wenn man wo neu anfängt, in einem neuen Lager, man hat halt da nichts. Ich sollte aber vielleicht auch gerade wieder zurückgehen. Es ist zum einen ganz schön dunkel. Und zum anderen könnte ich noch das Papageien... Ich glaube, Papagei war das gerade. Das Fleisch noch versuchen zu braten. Dass der immer so müde ist. Das ist halt auch lästig. So übertrieben müde sein. Kann man hier das essen? Bitte isst das. Parasiten plus eins. Soll ich ein Parasit mehr bekommen? Willst du mich verarschen? Das ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Unfassbar ist das. Da ich auch zu müde bin... Wird mir das wahrscheinlich gar nichts bringen. Hier was zu braten. Vielleicht doch. Schauen wir mal. Ach Gott. Das ist echt eine knappe Geschichte. Und einmal Papageienfleisch. Das ist echt eine knappe Kiste. Es könnte auch sein, dass es mal gedacht ist, für die Zukunft, dass man problemlos das Wasser mit so einer Kokosnuss vielleicht tragen kann. Vielleicht muss ich auch einen Topf draus bauen. Das könnte auch sein. Ich habe keine Ahnung. Versuche mal her, was herzustellen. Vielleicht kann man da irgendwie einen Topf... Was will ich denn mit einer Fee da? Geh weg. Na, da geht noch nichts. Das klappt leider noch nicht. So. Ich will noch trotzdem versuchen, mein Bestes zu geben. Ich weiß, ich sterbe hier. Ich werde auch gleich speichern. So, das war... Na, bitte. Danke. Danke. Nein, warte. Hier. Danke. Danke. Ähm... Gleich speichern. Ähm... Ich weiß, ich werde hier sterben. Aber ich habe mir noch gedacht, vielleicht schaffe ich es noch, ein Fischlein oder so zu fangen. Boah. Das wäre zumindest cool. Das wäre zumindest cool. So, mal so hinstellen. Ich wollte einen großen Fisch haben. Aber vielleicht trinke ich auch mal was. auch wenn es mir einen Haufen Parasiten bringt. Oh. Oh. Was soll ich machen? Fischi, 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 Fisch. Ich muss halt warten, bis mal irgendeiner da vor mir herumschwimmt, ne? Und dann erwische ich ihn nicht. Das ist das allerbeste. Ich kann mich auch nicht erinnern, wo ich hingeschwommen bin, um die großen Fische zu kriegen. Oh, was haben wir denn da? Mampf, Mampf. Großes Mampf, Mampf. Und ein Bienenstöckchen. Und ein Vogelnest. Sehr gut. Oh, ein Ei. Super. Nicht schlecht. Es wäre nur noch gut, wenn man Fisch kriegen würde. Oh. 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 Aber hier waren doch irgendwo große Fische. Ich weiß es ja noch. Ah, die Bienen! Hilfe, die Bienen! Au! Was? Verreckt doch ein Insekt. Ja, warum nicht? Ich wusste, ich werde sterben. Au weh, au weh. Ah, ja. Wieder zwei Stunden im Ladebildschirm. Also ich glaube, das ist noch etwas patchwürdig. Wahrscheinlich werden, es werden bestimmt noch Patches kommen. Es ist ja auch noch scheinbar ein langer Weg, bis die Early Access beendet ist. Also, ja, gut Ding. Braucht Weile. Wissen wir eh. Aber wie gesagt, das Spiel behalten wir uns mal im Hinterkopf. Das können wir eh dann bei passender Gelegenheit wieder mal zocken. Schauen wir mal. Aber ich würde sagen, nach dem Part gönne ich mir mal ein Päuschen vom Dschungel und dann schauen wir weiter. Sofern der heute noch laden möchte. Na, komm. Du schaffst das. Horuck. Ja, super. Ja, ja. So ist das. Mann, Gott. Horuck, hüpf mal. Ich sehe hier keine... Was war da? Also Stein. Nur ein Stein. Apfelschnecke. Die nehmen wir mal mit. Und dann würde ich sagen, wir trinken mal was. So. Ich werde noch versuchen, die Apfelschnecke zu braten, aber ich befürchte, da kann ich schon bald nichts... Ich kann da, glaube ich, nichts mehr machen, um unser Leben irgendwie noch zu retten. Würdest du bitte... Dankeschön. Das ist halt echt alles ein bisschen doof. Um das halt milde auszudrücken. Aber es wird hier sicher noch einiges passieren, Patch-mäßig. Dann werden wir hier, denke ich, bis dorthin auch eine neue Welt beginnen. Dann habe ich auch alles verlernt. Keine Sorge, ich werde ein kompletter Noob sein. Das heißt, ihr werdet euch wieder köstlichst amüsieren können. Und ja. Ich glaube, so werden wir das machen. Dann ist inzwischen auch einiges passiert, glaube ich. Patch-technisch. Dann muss ich wieder einiges neu lernen. Kann ich mir gut vorstellen. Ah, was haben wir denn? Ih, was ist denn das? Um Gottes Willen. Das ist jetzt aber... Was ist denn das? Okay, das ist was Gröberes. Ich glaube, eine Schramme, weil ich mich verletzt habe. Da sind sie ja, die Kerle. So. Das hätten wir mal. Dann werde ich hier die Schnecke essen. Mahlzeit. Ein trockenes Blatt habe ich hier. Okay. Die Schnecke hat sich jetzt gar nichts gebracht. Übrigens. Vielleicht machen sie das dann auch so großzügigerweise, dass man bessere Möglichkeiten hat zu überleben. Also, dass man auch wirklich ausreichend Pflanzen finden kann. Das wäre hervorragend. Vielleicht schaffen wir es noch, bevor wir sterben, einen Fisch zu fangen. Ich möchte gerne noch schauen, ob man den sammeln kann. Ob ich da einfach einen Fehler gemacht habe. Sofern er noch mal her schwimmt. Da ist er. Kommst du bitte noch ein Stückchen näher? Ich möchte dich gerne essen. Okay, das hat nichts geholfen. Aha, ich bin schon am Zusammenbrechen. Ja, ich glaube, das lass mal. Du bist ohnmächtig und gleich sind wir am Verrecken. Ach, was siehst du denn jetzt? Bleib da oben, du Trottel. Ich verstehe das nicht, warum der sich bewegen tut am Stein. Vielleicht wird er weggespült. Der ist ja so zart beseitet. Unser Mann hier. Jawohl. Sammeln. Sehr gut. Fischgeräten, aha. Ach komm, das ist doch nur ein kleiner Sprung. Ja, ja. Ich bin so fertig. Wofür sind die eigentlich? Da kann man was herstellen damit. Okay. Also, wir haben zuerst einmal hier einmal Fleisch und zweimal Fleisch. So, Mahlzeit. So. Was kann man damit herstellen? Angelhaken. Und wozu brauche ich jetzt einen Angelhaken-Tagebuch-Eintrag? Okay. Äh. Kratzer und Schrammen. Verbannt. Will er ja nicht. Da haben wir aber noch was anderes gehabt. Wundinfektion. Das da. Maden die Wunden. Todes Gewebe entfernt. Schmerzhaft. Verbannt kombiniert mit Pflanzen mit Eigenschaft. Vergiftete Wunde. Ausschlag. Egel. Fieber. Lebensmittelvergiftung. Parasitenwurm. Dreck. Das ist halt die hier, ne? Die Wunde. Aber der will sie auch nicht mit einem Verband. Ach, gekommen. Unser kleiner Schlaffi. Vielleicht, weil es der falsche Verband ist. Das könnte es sein. So. Wir essen mal. Knochenzünglerfisch. Ah. So. Das zu dem mal. Das ist halt echt. Vielleicht so und so. Da brauche ich die Asche dazu, glaube ich. Vielleicht brauche ich auch tatsächlich den Ascheverband. Das ist aber auch nicht normal, diese Wunde. Muss man ja auch mal sagen. Hm. Na ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie geht denn das jetzt mit dem Fischgeräten? Und was mache ich mit dem? Kann ich jetzt eine Angel bauen? Na, so mal nett. Na, da kann man nichts damit bauen. Okay, ich wollte es mal probieren. So. Na gut. Na gut. Die Apfelschnecke essen wir noch. Dann beenden wir den Part. Und wie gesagt, dann machen wir mal eine Green Hell Pause, würde ich sagen. So. So. Jetzt habe ich mich natürlich verdrückt. Also einmal Mampfen noch. So. Und dann würde ich sagen, wir lassen es gut sein. Heureka! Ich wollte ins Wasser springen. So. So geht es auch. Ich bin durch einen Sturz gestorben. Ihr Lieben, lassen wir es gut sein. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi! 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 Tschüssi!